Willkommen bei Jeletechnik. Ihr Fachbetrieb für Tankbau, Tankschutz und Tankreinigung. Azubi Klaus. Wissenschaftler haben 100 Bürokaufleute in die Wüste geschickt. Keiner hat überlebt. Was lernen wir daraus? Bürokaufmann taugt nicht zum Leben. Schon wieder Tankreinigung, Klaus. Übrigens, wir bilden auch Verfahrensmechaniker aus. Na, wie läuft das Verfahren, Özdem? Zeit für eine Tankreinigung. Sag mal, hast du Erik gesehen? Macht eine Ausbildung als Berufskraftfahrer bei uns? Vergiss es, das lassen wir. Wo war ich? Ausbildung bei Jeletechnik. Oh, dann findest du langweilig. Wird schon wieder, Erik. Und wenn nicht, dann kannst du ja mal Bürokaufmann versuchen. Soוך Melodie. Wie war ich das? Cool. áb Behörden. Apostel den Krankenhausen war ich Sie bei der TemperaturenID.